Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Repaint Tutorial. Heute wollen wir uns den Mercedes-Benz U303 mal angucken und mal ein kleines Repaint erstellen. Dazu habe ich, nein, nicht da, sondern hier. Wir haben mal das rausgesucht. Wir haben aber nur so einen kleinen Anspruch. Zeichnen wir die Haken hier selber und ansonsten ist nicht ganz so kompliziert. Wir brauchen ein klein wenig Vorbereitung und zwar steht hier folgende RPC Dateien stehen zur Verfügung um sie zwei SDK Repaint Tool MBU und U303. Wenn wir das aber einfach ganz normal entpackt haben, erst mal, ohne uns darum zu kümmern, hier irgendwelche Repaint Tool Sachen zu kopieren, dann müssen wir zunächst hier in den Vehicles MB-O303 Ordner und hier gibt es in Ordner Templates und den brauchen wir. Der kann da nämlich raus. Ich nehme den hier gleich mal mit STRG X und dann gehen wir hier in den Ordner Arm C2 SDK Repaint Tool und hier füllen wir das Ganze ein. Jetzt heißt der Ordner Templates und jetzt nenne ich den auch mal MB-O303. So, da haben wir unseren Ordner. Das sieht doch schon ganz gut aus. Hier haben wir M-A und M-U und wie sie alle heißen, die lustigen Dateien für das Repaint Tool. Hier haben wir sogar so eine UV-Mesh. Das ist auch ganz cool. Ich schätze mal, das können wir eigentlich auch, das könnten wir eigentlich schon fast zum Repaint. Dafür ist es ja da, zum Repaint zu erstellen. Also machen wir das damit. Wir kopieren die einmal und dann nennen wir das halt, umbenennen. Oh Gott, mein Englisch, äh, mein Französisch ist praktisch nicht vorhanden. Ich glaube, so schreibt man das nicht. N-Voguer. Na schade. Schon fast. N-Voguer. Haben wir hier diese Datei. Also haben wir erstmal diese UV-Mesh. Man kann sicherlich auch einfach hier, was nehmen wir da? Hier müsst ihr aufpassen. Und zwar gibt es das hier einmal mit der, mit den Fenstern in der Tür. Also zeig mal, worauf das hier ankommt. Also so. So. Und so. Also fangen wir mal an. Die normale Version, sag ich mal. Normal. Hier hinten große Fenster drin und hier eine Tür. Dann gibt es noch hier hinten kleine Fenster in der Tür. Und dann gibt es noch kleine Fenster und ohne Fahrradtür. Da müsst ihr jetzt natürlich auswählen, welche Version ihr haben wollt. Und das, also das kann ich jetzt hier raus. Also jetzt haben wir hier diesen Ordner, SDK Repaint Tool. Da haben wir jetzt hier unseren O303 Ordner. Den haben wir angelegt. Das hier. Okay, das brauchen wir gleich nochmal, um uns das hier mal ein bisschen genauer anzugucken. Die Readmeer ist ja im O303 mit dabei. So. Wir brauchen aber hier einen mit Tür. Ah, okay. Das ist die Reiseversion. Der hat jetzt hier. Mal gucken. Sind die alle so? Ähm. Ja, gut. Die sind jetzt alle so mit der Reiseversion. Also. Damit hier nicht so der Überlandbus-Flair aufkommt. Ähm. Entscheide ich mich mal für Diversionen mit den kleinen Fenstern, aber mit Tür. Also so. Hauen wir das andere zu. So. Also kleine Fenster mit Tür. Muss ich nachher nur dran denken. Da machen wir mal hier das On Vogue. Ähm. Diese Maske auf. Und jetzt können wir eigentlich hier drin losarbeiten. Womit fangen wir an? Wir fangen wieder ganz klassisch an. Neue Ebene. Und die nennen wir wieder Lack. Und die hier, die nenne ich jetzt mal UV, damit uns die nachher später nicht in die Quere kommt. Die machen wir hier wieder multiplizieren. Und dann können wir eigentlich auf dem Hintergrund loszeichnen. Diese Ebene, die müssen wir nachher ausblenden zum Abspeichern. Nur, dass ich es vorher schon mal gesagt habe, falls ich es nachher vergesse. Jetzt brauchen wir hier irgendwie so halbwegs die Farbe von diesem Lack. Und die lässt sich echt schwer. Hier, hier könnten wir sie rausnehmen. Also, natürlich kann man das Bild, doch, Bild kopieren. Oh, Gott sei Dank. Dürfte er ja nicht. Nicht das Bild rauskopieren. Macht man nicht. Aber hier können wir uns die Farbe schön wegnehmen. Also, gucken wir mal. Nicht ganz zu dunkel. Das sieht gut aus. Und jetzt, das hier schließe ich mal erstmal wieder. Jetzt können wir eigentlich hier auf unserer Lack-Ebene, einmal den Hintergrund. Wir gehen natürlich hier auf den Füllmodus, gefüllt. Können wir die Lack-Ebene einmal komplett durchziehen. Jetzt sehen wir ein kleines Problem. Also, man erkennt die Linien noch. Aber irgendwie sieht es nicht mehr so, es sieht nicht mehr so schick aus. So, wir machen das folgendermaßen. Wir blenden nochmal diese Ebene aus hier. Gehen nur auf die Lack-Ebene. Und gehen hier mit dem Zauberstab gedrückt auf die weißen Flächen. Jetzt können wir das einmal ausschneiden. Jetzt müsste eigentlich alles weiß da raus sein. Also, Zauberstab klicken, während man Schiff gedrückt halten. Auf eine weiße Fläche. Dann haben wir das hier alles markiert, entfernt. Und jetzt gehen wir mit STRG A, markieren wir nochmal alles und sagen hier, Farben umkehren. Dann werden die Linien weiß. Und wenn wir jetzt die Lack-Ebene wieder einschalten, sehen wir gar nichts mehr davon. Deshalb müssen wir auch bei UV wieder multiplizieren rausnehmen. Und zack, haben wir da unsere weißen Linien. Und das sieht doch schon mal gut aus. Als Grundlage hier alles richtig anzuordnen. Jetzt können wir als nächstes uns mal so einen Haken zeichnen hier halt. Wie zeichnen wir jetzt so einen Haken? Cool wäre natürlich, wenn wir jetzt hier irgendwo eine schöne Aufnahme davon hätten. So schön... Ach, hier. Ja, hier kann ich einen so einen Haken, kann ich hier rauskopieren. Bild kopieren. Das Bild brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also können wir sagen, hier einfügen. Und das schneiden wir jetzt einfach zu, damit es nicht so doof aussieht. Vielleicht können wir ja einfach das Bild mit STRG R... Nee. Erst mal prüfen wir, wie groß die hier sind. Also hier ist so eine Luke. So groß ist eine Luke. So groß müsste jetzt hier auch eine Luke sein. Nee, passt nicht. Also brauchen wir so ungefähr das anderthalbfache. Also sagen wir hier einfach mit der STRG A, beziehungsweise brauchen wir gar nichts markieren. Mit STRG R, sagen wir prozentual 150%. Und wir kopieren hier nochmal so eine Luke. Fügen die hier ein. Oh, viel gebracht hat es nicht, ne? Also machen wir nochmal, ups. Wenn ihr zu oft STRG Z gedrückt habt, mit STRG Y geht es wieder vor. Wir sagen hier einfach lieber nochmal, STRG R und sagen wir mal 120. So, jetzt ist das aber hoffentlich groß genug. Wir müssen ja auch bedenken, die Klappe ist ja hier auch ein bisschen größer. Ja, das ist okay. Ich schätze mal so können wir das lassen. So. Jetzt sind die hier natürlich relativ bixlich. Jetzt ist die Frage, wie nehmen wir die hier raus? Einfach so. Oh, das sieht ganz gut aus. Jetzt hier einfach mal ein... Achso, wir müssen jetzt natürlich hier drauf achten. Also UV-Ebene, Lack-Ebene und jetzt brauchen wir natürlich wieder eine Aufkleber-Ebene. Ja, jetzt müssen wir gucken, wo machen wir die hin? Zeigen die immer nach hinten? Das wäre jetzt eine gute, eine wichtige Frage. Hier zeigt er nach hinten. Ja. Ja, die zeigen immer nach hinten. Also sind die auf der Türseite sozusagen jetzt von uns aus gesehen gespiegelt. Also müssen wir auf dieser Seite anfangen. Oh, ich würde sagen, die können wir hier einfach so verteilen. Beziehungsweise wir machen das sogar noch so einfach und nehmen uns mit dem Zauberstab und Steuerung gedrückt halten. Nehmen wir uns jetzt die hier alle. Ne, die sind nicht schön. Das ist auch nicht schön. Ja. Ups. Ne. Okay, schade. Da, der geht noch. Ne, das Grün ist zu dunkel. Das ist zu hell. Das geht. Also immer Steuerung gedrückt halten, wenn wir die hier anklicken. Ja, ja. Das geht auch. Das geht auch. Grün war es wieder zu dunkel. Dann geht der hier auch. Also die. Die Farbe geht nicht. Die gehen. Grün geht nicht. Der geht. Das kopieren wir jetzt mal und gucken mal, wie das hier aussieht. Und dann füllen wir einfach die Lücken so auf, wie wir lustig sind. Ja, sieht doch verdammt gut aus. Mal gucken, wo die hier sind. Also die schließen hier mit der letzten Kante ab. Ja, also. So, wo fehlen jetzt noch welche? Hier fehlen jetzt noch welche. Grüne. Hm. Also grün und beige fehlen jetzt hier noch, ne? Ja, grün, rot, grün, beige, gelb. Rot, grün, beige, gelb. Okay. Okay, dann müssen wir die jetzt hier einzeln irgendwie versuchen. Ah. Okay, der braucht noch ein bisschen Nachbearbeitung dann hier unten. Ah, lieber so. Ich kopiere den mal und setze den hier auf eine neue, beziehungsweise, eigentlich ist das alles Quatsch, denn ich kann ja einfach hier den roten nehmen. Oder irgendeinen, der schön einzeln steht. Hier der blaue, der ist ganz so gut geworden. Den kopiere ich mir jetzt mal. Schön großzügig. Fügen wir den hier ein, vergrößern, ja. Schneiden wir das hier zu. Alles, was nicht zu dem blauen gehört, schneide ich jetzt mal weg. Und jetzt brauchen wir dieses grün. Und jetzt nehmen wir uns einfach das grün und sagen hier, mit dem Eimer, zack, ausfüllen. So einfach geht das. Das fügen wir hier ein und jetzt müssen wir losgucken. Jetzt überschneidet sich das hier natürlich. Und da brauchen wir einfach eine Zwischenebene sozusagen. Müssen wir ein bisschen gucken, wo ist das? Da. Oh, sieht doch schick aus. Dann nehmen wir uns einfach diese Farbe. Und malen das jetzt mit dem Füll einmal hier einmal aus. Beziehungsweise machen das mal rückgängig. Nicht, dass es zu groß wird nachher. Kopieren wir wieder. Machen hier wieder eine neue Ebene. Weil sich das sonst ja wieder überklappen würde. Und fügen das hier ein. Ja, das sieht gut aus. Dann können wir eigentlich die Ebenen gleich hier wieder alle zusammenmatchen. Auf die Aufkleber. Dann gucken wir mal, dass wir hier den gelben noch irgendwie ein bisschen schöner hinkriegen. Dass der nicht so abgehackt ist. Mache ich hier mal wieder rückgängig. Dann nehmen wir uns hier nochmal das gelb raus. Fügen das mal hier ein. Das sieht auch wunderbar aus. Fügen wir das hier ein. Ne, natürlich brauchen wir wieder eine neue Ebene. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass das hier so ein bisschen zusammenpasst. Ja, das sieht doch gut aus. Was haben wir hier vorne noch? Oh, hier sind noch so viele. Und die überlappen auch noch alle halt. Orange, Rot haben wir hier. Orange, Rot. Und da kommen noch einmal wieder Weiß und... äh, Grün und Beige. Dann machen wir auch nochmal das Grün. Bzw. wir nehmen mal lieber von hier das Grün, damit das ein bisschen ähnliche Farben hat. Dann macht das hier immer wieder rückgängig. Nicht, dass wir da irgendwelche Folgefehler drin haben. Ehe, hehe. Warum hat das nicht genommen? Ah, weil wir hier noch die falsche Ebene haben. Fügt die mal gleich wieder zusammen. Dass wir hier nicht tausend Ebenen haben. Und hier mit dem Eimer wieder, zack. Störung A, Störung C. Fügen wir das hier ein. Natürlich nicht auf dieser Ebene, sondern wieder eine Zwischenebene. Ja, das sieht gut aus. So, machen wir es wieder rückgängig. Jetzt brauchen wir das Beige wieder. Na ja, wieder die Ebene, das mal zusammenfügen. Hier das Beige rausklaren. Ah, das hat geklappt. Und fülle einmal, zack. Kopieren. Und hier wieder auf der Zwischenebene einfügen. Ne, so ungefähr sieht das da aus. Ja, sieht gut aus. Sind hier noch mehr? Ah, hier ist noch ein roter. Dann machen wir jetzt einfach einen roten. Beziehungsweise der hier sieht jetzt auch nicht so pralle aus. Dann nehmen wir uns hier mal ein schönes Rot. Achso, natürlich wird hier die Ebenen zusammenfügen. Aufkleber wieder zusammengefügt. Und hier mal rückgängig mit dem Eimer, halt ist der Pinsel, mit dem Eimer, einmal das rot vernünftig. Und das fügen wir mal hier wieder die Zwischenebene. Das können wir hier unter gleich nochmal rauslöschen. mit dem Radiergummi auf die Aufklebeebene. Dann machen wir den Radiergummi einfach ein bisschen größer und nehmen das mal hier drunter weg. Es ging ja nur um die Position. Und hier füllen wir das wieder einmal zusammen. Und wieder eine neue Hilfsebene. Und hier fügen wir das da ein. Jetzt machen wir das aber mal so, dass wir hier erstmal so weit das Orange rausradieren wieder. So, dass das Orange vernünftig zu sehen ist. Könnt ihr jetzt auch natürlich das Gitter nochmal ausblenden. Ja, das sieht gut aus. Und dann gehen wir auf die Aufklebeebene. Und radieren hier im Hintergrund Ups, natürlich nicht zu weit. Alles überflüssige von dem Roten raus. Können wir die Ebenen eigentlich schon zusammenfügen. Und jetzt haben wir noch einmal diesen Haken, der hier vorne irgendwie kurz hinter der Tür ist. Hinter der Fahrradtür. Gelber und grüner. Habe ich die hier schon eingefügt? Ach ja, die sind da. Ja gut, der Bus ist jetzt hier ein bisschen ein bisschen länger. Ach, das lassen wir so. Das sieht auch gut aus. Jetzt brauchen wir hier den Schriftzug. Dann nehmen wir hier das Gelb. Was wir hier verwendet, beziehungsweise was wir hier verwendet haben. Dann brauchen wir so eine Serifenschrift. Info... Ne, jetzt machen wir was größer. 72, das könnte passen. Und jetzt brauchen wir eine schöne Serifenschrift. Die sieht doch schon gut aus. Fett. Sieht aus wie das Original. Ne, das I ist nicht schön. Also... Centura können wir uns schon mal merken. Aber wie wäre es mit den Klassikern? Ne, 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 ne. Das sieht erst nicht so schön aus. Ne. Also Centura war schon ziemlich gut. Das ist zu doll, ne? Obwohl, es sieht auch cool aus. Ich finde, ich mag ja diese Schriftart. Schwer zu sagen. Ne, ne? Das E ist auch noch... Ne, das E muss rund sein. Aber wir kriegen hier noch eine Schriftart. Ne, warte mal. Was hatten wir vorhin? Doch, das hatten wir. Ähm... Da ist das G falsch, ne? Ja. Ne, das geht so nicht. Welche, wer findet eine Schriftart? Nein. 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 die ist zwar nicht perfekt aber die nehmen jetzt einfach trotzdem hier mal auf 84 und dann gucken wir noch mal wo die hin wo es genau hinkommt was muss gar nicht so groß und die lücke ist ungefähr das v fängt am zweiten fenster an das kriegen wir hin das v fängt am zweiten fenster an und ein bisschen kleiner kann so her so 72 müsste eigentlich ganz gut passen das ist doch toll aus ich bin stolz auf unser repaint den schriftzug den nehme ich jetzt einfach und guck mal wo der auf die andere seite kommt das fängt hier am zweiten also abc naja zweite also hin ende zweites fenster fängt der schriftzug an das passt natürlich auch wieder nicht 100 prozent genau so und für das hier das kopiere ich mir einmal machen wir hier ein neues bild fügt das ein und dann drücken wir nicht zu gehen auf bild und horizontal spiegeln störung a störung c dann nehmen wir das wieder mit und fügen das hier ein muss man natürlich gucken es ist wieder halbwegs an die richtige position schaffen ja das sieht gut aus und hier den einzelnen roten den nehme ich mir auch beziehungsweise ich kann einfach den hier nehmen und gehe hier auch auf bild und horizontal spiegeln kopieren und hier einfügen wenn das dann halbwegs so ja hier so auf der tür der ist ein bisschen kleiner jetzt wir machen das mal hier hin dann haben wir ups das ist gar nicht zu sehen da kopieren wir jetzt einfach noch mal neu dahin und steuerung v und so haben wir unser repaint schon fast fertig mal gucken was das heck sagt da habe ich noch ein bild vom heck das sind einfach irgendwelche haken aus der mitte gegriffen gibt es hier irgendwo blau rot orange blau rot orange ne das ist natürlich wieder eine komplette eigenkreation erstmal machen wir ne jetzt machen wir erst die haken blau rot orange das muss ja auch nicht so 100 prozent so aussehen oder muss muss ja bloß ein wiedererkennungswert haben ähm müssen auf alle fälle diese haken hier nehmen und gucken wie wir die da eingebastet kriegen also unten links in die ecke kommt ein blauer hier machen wir STRG Z ich kopiere die jetzt einfach mal STRG C STRG V jetzt brauchen wir hellblau von hier irgendwo mit der pipette und immer gucken dass wir auf der richtigen ebene sind bei den aufklebern hier einfach das blaue raus genommen und einmal hier STRG A STRG C hier einmal für die ecke so jetzt muss man natürlich gucken wie die anderen angeordnet sind blau rot orange also die sind hier einfach so ja das rote ist bisschen tiefer halt blau dann kommt rot das ist bisschen tiefer und orange ist wieder ein bisschen höher beziehungsweise muss ich jetzt mal von hier oben wieder orange klauen ja welches so so ist auch egal welchen ich hier nehmen jetzt brauchen wir wieder eine neue ebene weil sich das ja sonst hier so überlagert und dann brauchen wir beige und grün auch das kriegen wir hin nein wo ist es denn da beige hier können wir wieder die ebenen erstmal zusammenfügen mit der pipette einmal beige geklaut und kopieren hier machen wir wieder eine hilfsebene gucken wir mal wie das hinkommt ach einfach so da oben drüber okay und dann der grüne setzt auf die ecke von rot der sitzt sich hier so ran okay also die wieder zusammenfügen und das grün einmal mit dem eimer da reingeschmissen das geht natürlich nicht also brauchen wir wieder eine hilfsebene und das setzt sich hier einfach auf die spitze von rot dann können wir die wieder zusammenfügen so dass wir hier bei unseren drei ebenen bleiben das muss reichen dann können wir hier einfach den schriftzug kopieren beziehungsweise wir können den auch selber schreiben bevor ich mich jetzt gleich wieder verschreibe aber ist egal wir brauchen das gelb auch noch halt und zwar mit der pipette einmal von da hin wo so kann dahin was haben wir an der front und da ist aber nur der schriftzug den können wir gleich schreiben ja die frage ist wo kommt der hin genau neben dieses dinge warum schreibt er nicht ja jetzt also einfach mal weg klicken mit dem auswahlwerkzeug falls das irgendwie mal nicht klappen sollte wenn ihr irgendwas noch aus versehen markiert habt so dann brauchen wir einen roten und einen grünen haken den grünen habe ich noch hier der muss natürlich kleiner wir machen den mal nur mit störung r für größe ändern mache ich den mal auf 50% wieder kopieren und hier einfügen das muss reichen und dann brauchen wir nochmal die rote farbe mit der pipette hier einfach rausgegriffen und dann machen wir das ding einfach rot kopieren einfügen natürlich müssen wir auch hier wieder mit einer hilfsebene arbeiten ein bisschen höher ne ein bisschen tiefer sogar so hilfsebene weg wo war es denn jetzt mittlerweile habe ich das so oft drauf geklickt und dann haben wir hier unser fertiges das repaint hat ganz schön lange gedauert muss ich sagen jetzt müssen wir hier einmal das ganze abspeichern und nehmen hier einfach dafür die pdn und für das repaint tool machen wir einmal störung shift s oder datei speichern unter und wählen hier aus bmp speichern speichern auch das und zusammenfassen dann können wir hier eigentlich alles schließen brauchen davon nichts speichern also ich zumindest nicht dann gehen wir in das repaint tool klicken auf convert und klicken dann hier im repaint tool ordner auf den ordner mbu 303 und da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz gucken welche version wir nehmen wollten also 303 und hohe fenster mit tür welche war jetzt mit tür dies ohne tür das mit tür und wie heißt das k h p l und fahrer tür f t für fahrer tür und tief verglast ok hochverglast fahrer tür hochverglast keine fahrer tür keine fahrer tür radkappen ja radkappen habe ich jetzt hier keine waren die da auf dem dings mit drauf ja ach ja sind ja jetzt auch blau klar also fahrer tür hochverglast halt oder ist das andere heißt bedeutet das andere hochverglast hier wo ist denn das hochverglast hier da hoch von wegen der ruhe scheibe oder hoch von wegen fängt erst oben an ich weiß es nicht ich nehme jetzt hier einfach fahrer tür hochverglast und will das hier aus sagen ja convert und dann können wir uns mal unser repaint angucken das fertige ja das sieht gut aus also ich kann jetzt weiß ich nicht ob ich noch größer bekommen aber doch hier sieht man es also die kleinen fenster sind drin man kann sich das ja hier leider nicht so angucken dann wisst ihr was wir vergessen haben wir haben ja noch dieses uv mesh drauf also einmal in die pdn zurück uv rausnehmen steuerung shift s also speichern unter und bmp speichern jawohl und zusammenfassen und wir wollen genau überschrieben haben wir schon das können wir auch zu machen da müssen wir noch mal das repaint tool convert was hatten wir hier fahrer tür hochverglast und das jetzt ohne gitter jawohl und dann sehen wir es hier gleich da haben wir es jetzt endlich geschafft unser erstes eigenes repaint für den o303 das kopiere ich mir jetzt und dann wechseln wir hier wieder ins verzeichnis behaikels um sie es also haben sie zwei behaikels mbo 303 auf texture repaint und ich finde es hier mal sehr unübersichtlich deshalb möchte ich gerne einen neuen ordner anlegen und den nenne ich in auch wenn hier nur eine datei drin liegt aber es macht so ein ordner ist ja sowieso nur ja zum zum sortieren zum ordnung schaffen dann haben wir hier die hv h h cti die kopiere ich mir einfach mal und die nennen wir auch ein wie oft ich das jetzt noch schreiben muss wo ich kein fan der französischen sprache bin deshalb kopiere ich mir das jetzt hier einfach und ich habe eigentlich nur farbschimmer text 1 alles andere kann raus so wir wollen radkappen haben wir wollen glastür haben nein beziehungsweise wir gucken jetzt einfach mal hier rein was wir denn hier noch so einstellen können also radkappen also radkappen ok das ist ein bisschen verwirrend ich packe das mal hier nebeneinander wir haben bis radkappe 0 natürlich wollen wir radkappen dran haben dann allmex wir wollen den allmex drucker ja also set war fiss ist doch schon dieser der richtige drucker den wollen wir also da auf 1 euro kennzeichen wollen wir auch hoffentlich verschreibe ich mich nicht schön langes wort 1 ist mit eure kennzeichen so gardinen wollen wir jetzt nicht wichtig ist glastür hochverglaste tiefer glaste hierfür bitte textur tasch beachten also brauchen wir die glastür 0 die hochverglaste wollen wir nehmen sterne sollen dran sein frontbände kunststoff brauchen wir nicht oder warum die das alles lackiert fahrer türe noch wichtig dass das letzte set war 1 weil wir eine feierfahrer tür haben wollen und hier müssen natürlich noch das ändern nicht mit dem strich das mache ich immer gerne falsch sondern mit dem strich auch wenn um sie das nicht so stört das ist trotzdem besser man nimmt den richtigen schrägstrich so dann haben wir hier eigentlich alles eingetragen was wir brauchen und dann gucken wir uns den ganzen spaß jetzt noch in omsi an ja da habe ich eben extra noch ein vorbildgetreues kennzeichen rausgesucht auch wenn mir irgendwie die kennzeichen von nicht so gefällt passt irgendwie müsste viel größer viel höher sein finde ich und irgendwie sieht die auch nicht kennzeichen mäßig aus na ist egal es geht ja jetzt ums repaint und wir haben es geschafft hohe tür radkappen dran was haben wir noch eingestellt mercedes stern drin fahrer tür dran die noch auf sehr klar ja und unser wirklich gelungenes repaint bis auf dass die ein bisschen höher sein könnten ist das doch echt schick geworden unser repaint also ich muss sagen warum auch immer die stoßstange jetzt hier vorne doch grau ist wahrscheinlich hätten wir das noch abschalten müssen egal unser repaint ist gelungen und ihr wisst jetzt wie es funktioniert und da wünsche ich viel spaß beim selber machen bis zum nächsten video tschüss